Hey Leute, da sehen wir uns also wieder oder hören uns besser gesagt wieder. Das letzte Video kam extrem gut bei euch an, wo ich erzählt hatte, dass ich momentan dabei bin, so ein bisschen was an meinem Gewicht zu tun. Und ich habe mir gedacht, ey, ich glaube, das Ganze als Format könnte ziemlich gut in Zukunft funktionieren. Ihr habt ja auch gesagt, dass ihr euch wünschen würdet, dass ich so ein bisschen meinen ganzen Weg, wie ich abnehme und alles dokumentiere. Ich habe jetzt schon angefangen, ich tue regelmäßig Fotos von meinen Speisen machen und tue auch die ganzen Aktivitäten, das heißt, wie viele Schritte ich am Tag gegangen bin und so. Das tracke ich und speichere mir das ab, da wird es, ich weiß nicht wie oft. Also ich gehe mal jetzt am Anfang vorsichtig davon aus, vielleicht einmal im Monat ein Video zu geben, wo ich euch so ein Status-Update gebe, was ich so von dem letzten Video bis zum neuesten alles gemacht und geschafft habe. Es wird natürlich auch Rückschläge geben, ganz klar haben ja auch viele von euch in die Kommentare geschrieben. An der Stelle auch nochmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön für den ganzen Zuspruch und die Motivation. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr nett von euch und ich denke, dass wir das auch gut hinbekommen. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit zwei Monaten dabei. Ich würde sagen, jetzt mittlerweile bin ich richtig drin, dass ich eine Routine habe, was für mich enorm wichtig ist. Da kommen wir auch gleich zu, weil davon handelt heute das Video und dementsprechend bin ich eigentlich sehr guter Dinge, dass ich jetzt erstmal durchziehen werde. Das hat ein bisschen gedauert, bis man so einen Flow hatte und dass ich richtig drinnen bin in der ganzen Sache und jetzt läuft das und ja, ich habe meine Routine und gehe jeden Tag quasi meinen Aktivitäten nach. Die haben sich schon richtig so in meinen Alltag integriert. Und genau das war das, was ich erreichen wollte. Und da kommen wir jetzt zu einem weiteren wichtigen Punkt und zwar in dem Video geht es so ein bisschen um Craft Attack, Ladenparty, Projekte mit anderen Leuten, weil ich da ein bisschen was zu erklären will, damit ihr da einfach auch ein bisschen up to date seid. Also erstmal vorab, ich habe mit niemandem Beef oder so. Nicht, dass ihr denkt, ich habe irgendwie mit, weiß ich nicht, Trimax, Romatra oder sonst wem irgendwie Streit oder so. Es ist halt nun mal so, man macht mal was zusammen, man macht mal eine Zeit lang nichts zusammen, weil vielleicht andere Projekte anstehen. Die machen ja auch sehr viel IRL-Stuff, wo ich nie dabei bin, großartig. Ich wurde schon öfters gefragt, aber ich habe immer wieder abgelehnt. Und dann ist auch klar, dass die irgendwann nicht mehr fragen, weil die sich denken, jo, Kevin wird da eh keine Lust zu haben. Und ich habe ja schon in der letzten Folge erklärt, was das Problem für mich aktuell bei so IRL-Events ist. Und es wird auch so sein, dass dieses Jahr, selbst wenn eine Craft Attack, Ladenparty sein sollte, ich nicht vor Ort sein werde und nicht mitmachen werde. Und generell denke ich, dass auch in nächster Zeit jetzt videotechnisch, sei es irgendwelche neuen Survival-Games oder so, ich nicht großartig was mit den Jungs machen werde. Nicht, weil ich irgendwie, wie gesagt, Streit mit denen habe oder so. Ich versuche das jetzt einmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Das Problem ist, die haben einen ganz anderen Tagesablauf, eine ganz andere Routine. Die pennen teilweise bis 10, 11, 12 Uhr, fangen mittags mit ihren Streams an oder erst am späten Mittag und dann streamen die bis in die Nacht hinein. Ich bin eher so, um einmal meinen Ablauf zu erklären. Im Moment ist es so, ich stehe morgens zwischen 6 und 7 Uhr auf. Heute zum Beispiel an dem Tag, wo ich das Video aufnehme, bin ich um 7 Uhr aufgestanden, ist jetzt 8.46 Uhr. Das erste, was ich gemacht habe, war meine Thumbnails für den Variety-Time-Kanal und hier für den Hauptkanal das Video. Heute kam Project Castaway oder kommt heute um 10 Uhr, also wahrscheinlich gestern. Und danach gehe ich direkt raus. Da mache ich direkt meine ersten 3.000 bis 3.500 Schritte, damit ich einfach schon mal ein bisschen mich morgens körperlich betätigt habe. Dann wird gefrühstückt und um 10 Uhr geht es los mit dem Livestream. Das ist dann quasi mein Vormittags-Livestream. Der geht dann immer so von 10 bis 14 Uhr circa. Dann ist Mittagspause. Da gehe ich dann wieder raus, hole meine nächsten, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Schritte. Manchmal gehe ich auch mehr. Es kann auch mal sein, dass ich dann 5.000, 6.000 mache. Das kommt immer darauf an, wie so ein bisschen auch meine Stimmung ist. Aber ich versuche immer diese zwei Aktivitäten am Tag zu machen. Und allerspätestens um 18 Uhr wird der Stream wieder angeworfen bis circa 22 Uhr. Und dann ist der Tag vorbei für mich. Ja, dann gehe ich ins Bett, gucke vielleicht noch eine Folge von einer Serie und dann wird geschlafen. Das heißt also meistens, in der Regel bin ich schon um, weiß ich nicht, 22.30 Uhr, 23 Uhr am Schlafen. Und deswegen brauche ich den Schlaf bis 6, 7 Uhr. Und das Problem ist, bei den Jungs ist es jetzt schon sehr häufig in der Vergangenheit vorgekommen, dass wir bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts gemacht haben. Und das kickt mich komplett aus der Routine raus. Ich habe auch in der Vergangenheit, um das mal zu erklären, an den vergangenen LAN-Partys, davor immer angefangen, diesen Anlauf zu machen, dass ich versuche, eine Diät zu starten. War dann in einer gewissen Routine, dann kam die LAN-Party und dann war ich komplett raus. Da bin ich nicht mehr rausgegangen, habe nichts mehr gemacht, weil ich an der LAN-Party die ganze Zeit drinne war. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, nicht aufgrund, was in Craft Attack 11 jetzt vorgefallen ist, das spielt natürlich ein bisschen mit rein, die ganze Thematik. Max baut halt immer seine Riesen-Statuen und Farmen und alles. Und ich wollte dieses Jahr einfach mal ein bisschen was anderes, weil das war jetzt drei Jahre lang immer das Gleiche gefühlt. Und ich wollte dieses Jahr wirklich mal eine Season haben, also eine Staffel Craft Attack, wo ich am Ende wirklich was Schönes hinterlasse, wenn die Map veröffentlicht wird, was ihr euch anschauen könnt. Das Ganze werde ich natürlich gemeinsam mit Zander machen, da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Aber damit ihr schon mal so ein bisschen up-to-date seid, also das spielt da ein bisschen weniger mit rein. Es geht mir mehr um diese Routinen-Geschichte, weil das hat mich immer rausgekickt. Und dementsprechend habe ich mir dann überlegt halt so, ey, dieses Jahr LAN-Party, auch wenn es Spaß gemacht hat. Also ich möchte das auch hier nochmal ganz klar klarstellen. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie sauer bin oder irgendwas Schlimmes vorgefallen ist. Oder wegen der Thematik, die wir letztes Jahr an der LAN-Party hatten. Die letzte LAN-Party fand ich persönlich, muss ich sagen, für meinen Geschmack nicht so geil. Ich fand, die Gruppe hat nicht so gut harmoniert, weil das irgendwie gar kein LAN-Party-Feeling am Ende mehr war. Vor allen Dingen, nachdem Rumatra weg war, das fand ich sehr, sehr schade. Und, ähm, ja, aber das spielt da weniger rein. Mir geht es vor allen Dingen wirklich um meine Routine, weil ich tue jetzt was selbst für mich, für meinen Körper, für meine Gesundheit. Und das muss ich durchziehen. Und das geht nur, wenn ich mich da fokussiere und mich nicht aus meiner Routine rausbringen lasse. Dementsprechend wundert euch nicht, wenn es jetzt weniger irgendwie so Survival-Games gibt. Oder Trimax sagt, ey, dieses und jenes Projekt, zum Beispiel Farming Simulator. Da hat er ja schon gesagt, ey, G-Time, da müssen wir reingehen. Das kann ich machen. Da habe ich auch, ich habe auch ultra Bock drauf, mit den Jungs in Farming Simulator reinzugehen. Aber ich muss das mit Max vorher klären, wie wir das zeitlich regeln. Weil ich kann nicht bis in die Puppen wach bleiben. Das schaffe ich einfach nicht. Das kickt mich komplett aus der Routine raus. Und ich kann euch jetzt schon mal ein kleines Update geben. Ich bin jetzt mittlerweile bei 9 Kilo, die ich abgenommen habe. Ich stehe jetzt kurz vor den 10 Kilo. Das läuft auch richtig gut, weil ich habe jetzt noch Oktober, November, Dezember, also drei Monate. Und mein Ziel war ja, bis Ende des Jahres auf 160 Kilo zu kommen. Dann habe ich ungefähr 23 Kilo roundabout abgenommen. Und der Farming Simulator kommt ja im November. Und wenn mich das rauskickt, dann wird das meinem Ziel ganz krass im Weg stehen. Oder wieder dafür sorgen, dass ich komplett raus bin aus dieser ganzen Fitness-Sache. Und das möchte ich halt einfach nicht. Und dementsprechend müssen wir das vorher klären. Wie wird das mit Farming Simulator laufen? Weil Max wollte ja unbedingt schon eine LAN-Party zu Farming Simulator machen. Und das ist was, ich kann das einfach nicht. Also das, ne, nur um euch das schon mal hier gesagt zu haben. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Streit, Stress oder sonst was habe. Ich finde es auch nett, wenn Max mir anbietet, dass ich sein Fitnessstudio im LAN-Party-Studio nutzen kann. Aber ich bin momentan eher so, dass ich dieses Ding mit dem Spazieren, mit den Schritte gehen durchziehe. Und das möchte ich erstmal weitermachen, bis ich dann so weit bin, dass ich sage, ey, ich gehe jetzt den Step. Fange jetzt an mit Krafttraining und allem drum und dran. Ich will das halt alles Stück für Stück machen, mich nicht damit überlasten. Weil irgendwann kommt sonst der Punkt, dass ich einfach das Gefühl habe, das ist mir zu viel. Und ich bin jemand, der sehr schnell dann demotiviert ist, wenn viel auf ihn hereinfällt. Ihr merkt das ja auch im Stream, wenn es stressig wird manchmal. Ich kann eigentlich sehr gut mit Stress umgehen, aber wenn das dann immer weiter und immer weiter und immer mehr wird, dann ist mir das auch irgendwann zu viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, bevor ich mir einfach zu viel zumute, mache ich das Ganze eher erstmal langsam, Step by Step, steigere das immer weiter und das funktioniert sehr gut. Ich bin damit top zufrieden. Was Craft Attack angeht, also erstmal eine wichtige Info. Morgen, oder besser gesagt heute, das Video kommt ja heute. Wichtige Info, heute um 10 Uhr startet mein Open End Livestream. Der startet genau einen Monat, bevor es losgeht mit Craft Attack. Das Ganze hat damit zu tun, ich mache ja ein bisschen mehr Variety mittlerweile auf meinem Kanal. Das werdet ihr auch schon hier auf YouTube mitbekommen haben. Auch wenn diese ganzen Gaming-Videos jetzt nicht so ultra krass ankommen. Finde ich zwar ein bisschen schade, weil ich will mein Gaming-Content natürlich immer weiter aufbauen. Dementsprechend groß ist aber auch der Support auf Twitch, muss ich ehrlich sagen. Also über die letzten Monate ist das echt schon gut angewachsen. Und ich bin super zufrieden, also dass ich teilweise mit Variety mittlerweile 500, 600 Zuschauer habe. Ist eine sehr krasse Sache. Also da auch nochmal ein großes Dankeschön an euch. Und bezüglich Open End Livestream wollte ich dieses Video machen, um einfach mal ein paar Dinge noch abzuklären vorher. Also, meine Routine würde ich ganz gerne versuchen im Open End Livestream beizubehalten. Das heißt also, morgens, da werdet ihr eh kaum was von mitbekommen, werde ich meinen Stuff erledigen, Thumbnails machen, gehe kurz raus. Dann komme ich wieder, gehe an den PC und dann geht es los mit dem Stream. Bis ca. 14 Uhr. Dann werde ich dort eine Pause machen von ca. 1,5 bis 2 Stunden, wo dann VOD laufen wird. Dann gehe ich raus, esse Mittag danach und dann geht es weiter mit dem Stream. Dass ich auf jeden Fall meine Routine beibehalte mit der Fitness. Das mit dem Essen, das hat ja Open End Livestream keinen Einfluss drauf, ne. Also bezüglich Fitness, also Ernährung, ne. Und dementsprechend wird es so sein, dass ich das so mache, dass ich den Timer dann in der Zeit pausiere. Das heißt also, der Timer vom Open End Livestream, der geht nur runter, wenn ich am PC sitze und auch streame. Wenn VOD läuft, dann wird er gestoppt. Ja, das heißt also, nur um das, ne, ich will das einfach ganz transparent abklären in diesem Video, dass ihr informiert seid und genau wisst, wie dieser Open End Livestream funktioniert. Also der Timer läuft immer nur in der Hinsicht weiter, wenn ich auch wirklich aktiv am Stream bin. Und wenn ich zum Beispiel mittags zwei Stunden rausgehe, dann wird der Timer für zwei Stunden pausiert und geht erst weiter, wenn ich wieder da bin. Damit ich einfach mein Fitnessprogramm durchziehe. Ob es ein Limit gibt bei diesem Open End Livestream. Das weiß ich noch nicht. Da bin ich mir noch unsicher momentan. Ich würde jetzt einfach mal vorsichtig sagen, ich werde das einfach offen halten, dass ich irgendwann sage, ey, ich logge ein, ich streame die Zeit, die jetzt noch offen ist, runter. Und dann ist over mit dem Open End Livestream. Also, dass ich das so lange mache, wie ich es schaffe, durchzuziehen. Und ansonsten, ich glaube, das sind alle wichtigen Infos in Bezug auf den Open End Livestream. Ach, genau. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Und wenn da mal eine Zeitverschiebung kommen sollte, weil ich vielleicht mal eine Stunde länger oder so brauche, dann ist der Timer da auch in der Zeit pausiert. Ich spreche das Thema nur an, weil ich hatte jetzt erst gestern den Vorfall gehabt. Ich habe gestern in der Früh an dem Skript für ein aufwendigeres Video gearbeitet, was bald kommen soll auf meinem Hauptkanal hier. Und daraus ist resultiert, dass ich gestern erst so gegen 12 Uhr mit dem Stream angefangen habe. Habe dann zwei Stunden statt vier Stunden gestreamt, weil in der Regel starte ich eigentlich immer um 10. Aber gestern hatte ich dann noch wegen dem Skript, ich musste noch mit jemandem ein Interview führen und alles. Hatte noch ein bisschen was zu tun. Und bin dann dadurch zwei Stunden später da gewesen. Und das Problem ist, um das einfach mal zu erklären, ich saß halt im Stream um 14 Uhr und dachte, ja, jetzt hast du zwei Stunden gestreamt, aber du bist den Zuschauern eigentlich schuldig, noch weitere zwei Stunden zu streamen. Ich habe das dann auch einfach mal ganz offen im Stream angesprochen, was ich eigentlich nie mache, weil das sind halt so innere Konflikte, die ich eigentlich immer versuche mit mir selber zu lösen. Und da haben auch die Zuschauer gesagt, ey Kevin, du machst dein Fitnessding, Junge. Geh raus. Du bist uns hier nichts schuldig. Also da auch nochmal ein riesen Dankeschön, dass da so ein Verständnis entgegenkommt. Aber das ist das Problem bei mir. Ich muss halt sagen, für mich ist natürlich das Ganze hier wie ein Hobby, aber ich sehe das auch wie eine Arbeit, wo ich mir sage, ey, du musst jeden Tag deine acht Stunden Stream eigentlich runterreißen oder irgendwie halt dein Content liefern. Die Videos, die müssen regelmäßig kommen. Das wollen die Leute, das verlangen die Leute. Und du musst das liefern. Du musst einfach funktionieren. Ich weiß, dass viele das nicht so sehen, aber das ist das Problem halt, Selbstständigkeit und dann der Druck durch die Zahlen und alles. Dann versucht man natürlich immer abzuliefern. Und da muss ich natürlich versuchen, so ein bisschen vielleicht, klar, das Ganze immer im Auge zu behalten und auch dran zu denken und auch Regelmäßigkeit zu bringen, aber auch zur Not mal zu sagen, ey, heute hat es einfach nicht ganz so hingehauen und ich muss mir einfach eher die Zeit nehmen, was für meine Gesundheit zu tun, statt für YouTube oder Twitch in der Form. Solange ich das nicht komplett schleifen lasse, ist das, denke ich mal, auch kein Problem, aber dass ihr einfach mal so diese Perspektive versteht. Am nächsten Monat, am 26. Oktober, geht es los mit Craft Attack Staffel 12. Das wird für mich eine Jubiläumsstaffel. Ich bin ja seit Craft Attack 2 dabei und dementsprechend werde ich da volles Programm, egal ob der Open-End-Livestream da noch läuft oder nicht mehr läuft, auffahren. Ich bin schon dafür im Hintergrund, im Background, einiges am Vorbereiten. Das soll eine richtig geisteskrank gute Staffel werden. Ich will für viel Unterhaltungswert sorgen. Gerade Elements 2 hat den Leuten ja auch gezeigt, dass ich in der Lage bin, wirklich sehr, sehr coole Sachen zu machen und auch sehr gut noch immer da drin bin, Fitnat zu stiften. Und dementsprechend, Craft Attack 12 wird auf jeden Fall sehr, sehr krass werden und wird auch einen hohen Nostalgiefaktor haben. Alleine daher, dass Zander und ich in dieser Staffel gemeinsam eine Base bauen werden. Das ist Ewigkeiten her. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir das gemacht haben, war in Craft Attack 5, was so mit Abstand eine der schlechtesten Staffeln war. Und ja, das ist ewig her. Also ich denke, das wird schon sehr, sehr geil. Was wir alles bauen werden und so. Da wird noch ein extra Video kommen. In dem wollte ich euch einfach nur informieren, wie so die ganze Lage ist. Es wird auch bald das erste Update-Video geben. Ich wollte mal gucken, dass ich so gegen Anfang Oktober das erste Update-Video bringe, wo ich euch die Daten, die ich jetzt seit Anfang August, wo ich angefangen habe mit der Diät, so gesammelt habe und den Fortschritt, den ich dokumentiert habe, einfach mal präsentiere. Da werde ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe keine Skripts oder so für die Videos. Ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, ey, ich setze mich da einfach hin und ich rede einfach alles, was mir einfällt vom Herzen. Das spreche ich einfach frei raus, damit die Leute auch wirklich einfach sehen, wie meine Gedanken sind, wo ich so meine Downs habe, womit ich zu kämpfen habe. Aber im Moment geht es mir sehr gut. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben alle Sachen durchgesprochen, die jetzt wichtig waren an Information. und ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Das wird dann wahrscheinlich das erste Update-Video, je nachdem, sein. Ich werde mit meinem Cutter noch mal drüber sprechen, wie wir das ganze Video aufziehen am besten. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr wollt, jetzt in die Kommentare mal schreiben, was sind Dinge, die euch wirklich von diesen Update-Videos zur Diät interessieren. Also, ne, wollt ihr irgendwie meinen Schritte-Progress sehen? Ich habe da zum Beispiel auch eine ganze Übersicht, wo ich euch zeigen kann, in den letzten vier Wochen, wo ihr jeden einzelnen Tag sehen könnt, wie viel ich gegangen bin, wie viel ich insgesamt geschafft habe. Ich war selber erstaunt, als ich da mal reingeguckt habe und gesehen habe, dass ich in vier Wochen 50 Kilometer Weg geschafft habe. Ey, ich weiß nicht. Also, die Leute, die jetzt irgendwo in der Branche arbeiten, wo die sehr viel laufen müssen, die werden jetzt wahrscheinlich darüber lachen, weil die das gefühlt in zwei, drei Tagen machen. Aber ihr müsst eins verstehen, Leute. Ich habe davor wirklich fast den ganzen Tag von morgens bis abends nur am PC gesessen. Also, wirklich. Ich habe mich sehr wenig bewegt. Das einzige Mal, wenn ich mich bewegt habe, war, wenn ich zum Bett gegangen bin, auf die Toilette oder mir was zu essen geholt habe. Und das ist natürlich ein meilenweiter Unterschied. Da gehe ich auch noch in meinem Update-Video drauf ein. Da gab es auf jeden Fall einige Sachen. Die waren wirklich, also, das hat mich wirklich am Anfang sehr hart gebrochen, manche Dinge. Und das erzähle ich dann alles dort. Schreibt mir einfach mal gerne in die Kommentare, was so Dinge sind, die für euch wichtig wären, weil dann kann ich das Video vielleicht schon direkt mit dem ersten Video ein bisschen besser darauf zuschneiden, dass es für euch auch wirklich interessant ist und die Dinge anspricht, die ihr auch wirklich wissen wollt. Weil nicht, dass ich da sau viele Informationen reinpacke, wo ihr nachher sagt, ja, ey, Kevin, das interessiert eigentlich niemanden hier. Keine Ahnung. Zum Beispiel, ich hätte jetzt in das Video irgendwie Fotos von ein paar Speisen, die ich esse, weil momentan ernähre ich mich ja sehr ketogen. Das heißt also viel, viel Fett und vor allen Dingen Eiweiß und wenig Kohlenhydrate. Und es kann ja sein, dass die Leute sagen, ey, das interessiert uns gar nicht. Du postest hier zig Bilder von deinem Essen im Video und erzählst, was du gegessen hast und wir wollen eigentlich eher sehen, wie viele Schritte du gelaufen bist. Dementsprechend schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und wenn ihr Bock habt, kommt gern vorbei. Twitch.tv slash GTimeTV Da bin ich ab jetzt sehr viel am Tag am Start. Wenn der VOD läuft, dann wird es ein kleines Overlay geben, wo das auch im Bildschirm steht. Oben rechts meistens in der Ecke steht dann auch gerade VOD. Ich werde mal gucken, dass ich das so mache, dass man das gut erkennen kann. Dann seht ihr auch immer, ob ich gerade live bin oder nicht, weil wenn ich live bin selber, dann steht da nicht VOD. Ich wünsche euch was, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.